Name your game Was wir hier tun? Du musst so viele Raketen wie möglich auf den Mond bringen. Die Raketen dürfen sich nicht berühren oder sie werden explodieren und das Spiel ist vorbei. Drücke A um eine Rakete abzufeuern. Platziere Raketen der gleichen Farbe nah beieinander und verdiene Extrapunkte. Wir sehen es uns einfach mal an. Brauchen nur A? Runde 1 So will er das. Runde 2 Was war denn da das Problem? Jetzt habe ich es nicht ganz gecheckt. Nur immer im gleichen Spot. Jetzt hat es wieder nicht gepasst. Runde 1 Machen wir mal Runde 1 Runde 2 Und schon wieder Spielende. Wie kommt man denn hier höher rauf? Oder? Runde 1 Wir müssen zwar überlegen. Das gibt mir immer das Ende. Also denke ich, dass sie weiter auseinander müssen. Was ist ein Nausschuss? Runde 2 geht es weiter, aber ich check nicht ganz, wie das funktioniert. Und wieder 950. Okay, die Raketen dürfen sich nicht berühren. Runde 2. Das muss in der Nähe sein. Das ist schwierig. Ja, jetzt habe ich den gleichen abgeschossen, aber jetzt weiß ich wenigstens wie es geht. Schwierig. Normal versuchen wir immer zu aimen, aber dieses Mal eben nicht. Wir probieren noch ein paar Mal. Schön verteilen. Boah, ist das asozial. Runde 3. Runde 3. Das erste Mal. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich in den silbernen Bereich. Das ist schwierig. Nein! Aber 2.000 Punkte. Runde 3.000 Punkte. Wir probieren es noch ein paar Mal. Runde 2. Runde 3. Das war schon sehr gut. Ja, jetzt wird es komplexer. Runde 3. Boah! Runde 3. Trau mich fast nicht. Ich glaube, ich habe hier viel Zeit. Acht noch. Den eigenen getroffen. 1800. Weiter gehts. Runde 2. Runde 2. Die erste ging gut. Runde 3. Vielleicht schaffen wir es auch noch. zu Runde 4. Das war knapp. Boah! Runde 4. Jetzt haben wir es geschafft. Richtig asozial. 10 noch. Das wird niemals gehen. 7. 6. Komm. Ich habe Zeit ohne Ende. 5. 4. 3. 2. 1. Null. Runde 5. Runde 5. Perfekt. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich bin schon bei Gold. noch trippelt. Schöne. Wenn ich aber einen Highscore von 4.150. Sehr, sehr nice. B trem. auch schon wieder von Sternenraketen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt gern ein Like, lasst ein Kombi oder ein Abo da und ich wünsche euch noch viel viel Spaß mit euren eigenen Games. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Outro